Hi, mein Name ist Michael Berns. Ich bin Professional der PGA of Germany und befinde mich momentan im wunderschönen Golfclub Gutkaden. Meine Ballposition ist ziemlich dicht an einer Bunkerkante und wir haben eine kurz gesteckte Fahne. Um den Ball sehr schnell in die Luft zu bekommen, brauchen wir auf jeden Fall ein sehr stark geöffnetes Schlägerblatt. Ein Schlägerblatt, was ich nach rechts verdrehe. Dann brauchen wir eine Lage des Balles, die mehr links der Körpermitte positioniert ist. Aus dieser Position brauchen wir viel Schwung, um den Ball schnell in die Luft zu bekommen. So spiele ich diesen Schlag immer und ich hoffe, es hilft Ihnen weiter. Michael Berns aus dem Golfclub Gutkaden.